Die hat nicht mal eine Iron Sight! Nein, die ist aber kacke! Du kannst mir da nicht richtig zielen und du bist irgendwie 20% langsamer wenn du die trägst. Was ist das denn? Ist das ein leichtes Maschinier oder was was? Das ist doch sonst mega geil, einfach mit dem Schaden, aber du kannst damit halt nicht treffen. Jetzt habe ich mir im Klüben gerade Instant Headshot gegeben, aber eigentlich kann man damit nichts treffen. Aaaaaah! Jackie Chan kam hier einfach aus dem Fenster, Alter! Och, wieso bin ich wieder eine komische Japsel? Ey, du meinst, du willst ja immer das. Ja, aber gerade, da ging er mir noch nicht auf den Sack. Nee, Jackie Chan! Nehm dir, Jackie Chan! Schat! Lass mich mal rechneinander laufen, um hier rumzulaufen. Ich wollte dich doch ein bisschen teabaggen. Hey, ne Keycard! Sehr gut, die brauchen wir jetzt noch gut gebrauchen. Wir können gar nicht, so viel Geld, wie ich jetzt schon freigelegt habe, können wir nicht mitnehmen. Juggernaut! Mach Sachen tun! Willst du mich verarschen? Ich habe zweimal mit der Dingens in den Kopf geschossen! Was dann? Sie hat sich bei mir gerade hier oben auf das Ding drauf gelegt. Die liegt doch da oben drauf. Nein, liegt sie nicht, die liegt unten. Bei mir liegt sie oben drauf. Bei mir liegt sie unten. Der hat keine Achselhaare, Leute, die hat keine Achselhaare. Der kann nicht ausbauen, da sieht man die Schwarzen nicht. Das ist schon mal die Hälfte der Geiseln unwichtig. Ich muss aufpassen, weil die, die eine Glatze haben, die glänzen dann. Haben wir jetzt nur noch die drei hier? Ja. Da kommt jemand, von rechts. Ducken. Der kommt, der kommt. Links. Links ist das, Lasse. Das ist rechts, aber okay. Achso, da kommt auch einer. Also hat jemand geskillt, das nicht? Okay, ich muss sie. Nein, muss sie nicht. Doch, ich muss. Jetzt schon mal durch, hast du sie ihn lassen? Das wird eh nix mehr jetzt. Mach ja, da kommt. Wo kommen die denn? Wie kommen so, Mach ja? Was ist denn los mit euch? Da kommt ein Auto. Nee, das sind die Cops. Kill sie. Das war's. Das ist nicht wichtiger als die Pakete zu suchen, Mann. Ich hab das Telefon noch gemacht. Willst du mich verarschen? Ja, das ist das Problem. Ich glaube, wir müssen das. Ich stand draußen bei den Geisen und hab gesagt, ich geh Pakete suchen. Hab aber nix gemacht. Ja, streitet euch mal, ich geh in der Kacke schwimmen. Das kriegt aber der 44. Der 44. Ich hab auch schon der 43, glaube ich. Das ist der 44. Die sind nach dem Präsidenten der Vereinigten Staaten modelliert, hier Spastis. Oh, sorry. Ich hab die ganze Geschichte vom Payday durchgelesen. Der 44. Da ist ein Punkt hinter. Wie kommst du drauf, dass es der 44 ist? Keine Ahnung, ich dachte... Der 44, Punkt. Das reicht. Ich hab's nicht. Du musstest erst die Kamera abziehen, wenn du... Ich schreck's nicht. Wenn du was machen wollen... Oh, da hat ich was erzeugt. ...wirdest. Mag, er könnt ihr mal damit anfangen, versuchen, die Bank auszurauben. Das sieht so dumm aus. Du bist viel größer als ich. Warte, warte, warte. Bitte nimm mein Geld, aber verschwinde, komm. Okay, vergeht hoch. Ja, aber auch nicht. Geht hoch. Komm, komm. Der Raum ist nicht hier, der ist auf dem Dach. Der Raum ist auf dem Dach. Der Raum ist auf dem Dach. Nein, ich warte dir rechts, die genau in deinem Gesicht stand. Sag doch, dass da rechts eine ist. Da war ne Wache, hab ich gesagt. Ja, ich dachte, du meintest die. Links. Nee, die hab ich nicht gesehen. Du hast so viel Geld... Links war doch keine. Du hast da doch eine Kamera zu erschossen. Ja, da ist aber gerade eine Lenkseger, als du das gesagt hast. Was sagst du dennis? Ich versteh dich nicht. Du hast so viel Geld... Okay, ich werde heute Nacht nicht in meinem Zimmer schlafen. Warum? Weil da gerade ne Spinner auf mein Bett gefallen ist. Das ist immer super. Ich hatte auch letztens noch ne Spinnen, die war hinter meinem Bild. Und ich dachte, Alter. Was kannst du nicht machen? Ich nehm ganz vorsichtigst das Bild weg. Dann rennt die mir auf dem Arm, ne? Ich hab fast ne Herzepack gekriegt. Dann schnipse ich die weg und fliegt direkt in mein Bett rein. Das war's. Das war's, Alter. Der hat sich gerade in mein Bett abgesandt. Dann wollte ich die in einem Glas fangen, die ist runtergefallen. Jetzt läuft die direkt um. Ich hab dir nen Flammenwerfer geholt und alles flambiert. Nein, hab ich nicht. Aber... Ich hab da meine Wandraste hochgehoben. Ach du nicht? Für die Sekunde hast du mich gerade überzeugt. Ich hab meine Matratze hochgehoben und hab die versucht, da zu fangen. Da hab ich meinen Hund einfach hingeschickt. Der hat die gewonnen. Angels, Honey, Aaron, such mir das Bett ab. Mach, du willst nen ganzen Trupp, ey. Das ist doch nen Suchtrupp, Alter. Das ist die 4 gegen Timmy, Freund. Und... Das ist ein TV. Da kommt ein TV. Da kommt ein TV. Wo? Wo? Hinter dir! Mach gerne lachen! Du bist ein Unschildes Bett, Alter! Du bist so... Mach gerne. Wie kann man... Wenn ich du wär, wär ich lieber ich. Ohne witz mal was machen wir dann. Den Spruch bin ich treu. Wenn ich du wär, wär ich lieber ich. Fertig. Jetzt habe ich dich glaisia.